Hallo, wir sind heute mit dem Vicon-Netzwerk Leverkusen-Köln bei unserem Mitglied den Hot Rod Brothers und durften heute und gestern bereits viele unserer Mitglieder glücklich machen auf der City-Tour in den pfeilschnellen Hot Rods durch die Stadt fahren. Heute waren wir hier in Köln. Hot Rod Tour war mega. Mega Teile, diese Seifenkisten, macht richtig Spaß, wie mit einem Kart auf der Straße fahren. Ich fand es mega cool, wir sind durch die Innenstadt gefahren, man hatte Sicht auf den Dom, die Sonne hat geschienen und ich fand das ein ganz tolles, einzigartiges Erlebnis. Das Besondere am Vicon-Netzwerk ist, dass man hier so ungezwungen zusammensitzt. Welches nette, gute Menschen zusammenbringt, hier wird ohne große Schnörkel geradeaus Klartext geredet. kann halt eben das Berufliche mit dem Privaten und mit der Freizeit ein bisschen kombinieren. Von daher ist es eine perfekte Kombination.